Jetzt bei Kripo Live. Wernigerode. Zwei Männer bereiten die Sprengung eines Geldautomaten vor. Die Zündung misslingt. Andere Bankfilialen im Harz werden bei Automatensprengungen verwüstet. In diesem und weiteren Fällen bittet die Polizei um ihre Hinweise. Einen schönen guten Abend Ihnen und willkommen zu Kripo Live. Zuerst nach Thüringen, nach Mühlhausen. Hier sucht die Polizei einen Brandstifter. Und vielleicht waren es sogar auch mehrere, die mitten in einem Wohngebiet in einer Tiefgarage Feuer legten. Die Tiefgarage brennt. Mike Scholze filmt die Flammen von seinem Balkon aus. Ich war einfach nur noch geschockt und komplett am Boden zerstört. Vor allen Dingen wusste ich ja genau, da wo die Flammen rausschlagen, steht unser Auto. Auch das Auto von Matthias Kellerer brennt komplett aus. Übrig bleibt nur verkohltes Metall. Ich wollte es erst nicht wahrhaben. Es ist so. Wir haben die Polizeiabsperrung gesehen. Man kann es einfach nicht fassen. Man weiß, dort wo es gebrannt hat, steht das eigene Fahrzeug. Und man kann sich ungefähr ausmalen, in welchem Zustand er sich befindet. Und da bricht erst mal alles zusammen. Die Wohnanlage an der Jacobi-Straße in Mühlhausen. Unter diesem Spielplatz befindet sich die Tiefgarage. Wer in den Häusern ringsum wohnt, kann hier einen von rund 100 Parkplätzen anmieten. Also ich habe den Parkplatz gemietet, da ich hier im Viertel wohne. Ganz wenig freie Parkplätze zur Verfügung stehen. Es ist ein abgeschlossenes Gelände. Es sind fest vergebene Parkplätze. Und da dachte ich, ist das Auto sehr gut aufgehoben. Doch am 22. April 2024, kurz nach 23 Uhr, betreten ein oder mehrere Unbekannte die Tiefgarage und stecken Fahrzeuge in Brand. Die Flammen breiten sich schnell aus. Wir können auch nicht eindeutig sagen, wie die Fahrzeuge in Brand gesetzt wurden. Den Einsatz von Brandbeschleuniger können wir aber nicht ausschließen. Durch die Lüftungsschächte schlagen die Flammen ins Freie. Eine Anwohnerin ruft die Feuerwehr. Fotos vom Tag danach zeigen, mit welcher Zerstörungskraft das Feuer hier gewütet hat. Von manchen Fahrzeugen bleiben nur noch Rahmen und Karosserie. Der Verlust ist für mich enorm, da ich sehr viel Arztwege machen muss mit sowohl meiner schwerstbehinderten Tochter, mit meiner Frau, auch mit meiner Mutter. Die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Hier stehen auch noch Gutachten aus. Was wir aber sagen können, ist, dass natürlich zwei Fahrzeuge vollständig ausbrannten und drei weitere stark beschädigt wurden. Außerdem entstand an der Tiefgarage ein Sanierungsschaden von mindestens 100.000 Euro. Der Tatort befindet sich an der Jakobistraße 7 in Mühlhausen. Der oder die Täter kamen entweder durch die Einfahrt in die Tiefgarage oder über das Treppenhaus auf dem Innenhof der Wohnanlage. Anwohner Matthias Kellerer ist Justizbeamter. Auch er ist auf sein Auto angewiesen. Für den täglichen Weg zur Arbeit. Mich macht an dieser ganzen Brandgeschichte so wahnsinnig wütend, dass Menschen so respektlos mit dem Eigentum anderer Menschen umgehen. Das ist meine allergrößte Wut bei der ganzen Sache. Sein Auto stand unmittelbar neben dem seines Nachbarn. Beide Fahrzeuge gelten jetzt als wirtschaftlicher Totalschaden. Ich hatte einen Opel Astra H mit einem Caravan. Das war eine Sonderedition, nämlich die 111 Jahre Edition. Ich habe dieses Auto natürlich gepflegt. Ich habe viele, viele Reparaturen an diesem Fahrzeug durchführen lassen, damit ich mit diesem Fahrzeug immer einsatzbereit bin. Und am schlimmsten ist es natürlich das, was man in solch ein Fahrzeug reinsteckt, was bei mir weit über 7000 Euro waren. Die kriegt man von keiner Versicherung wieder. Man kriegt nur den Wiederbeschaffungswert oder den Zeitwert eines Fahrzeuges. Inzwischen wurden die Autofracks aus der Tiefgarage geräumt. Hinweise, wer für den Brand verantwortlich ist, gibt es noch nicht. Ja, möglicherweise können Sie jetzt helfen. Wer hat am Abend des 22. April im Wohngebiet um die Jakobistraße in Mühlhausen etwas beobachtet, das mit der Brandstiftung in Verbindung stehen könnte? Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 036 014 510. So sieht es aus, wenn Kriminelle einen Bankautomaten in die Luft jagen, um an das Geld zu kommen. Das ist in Blankenburg im Harz aufgenommen. Da hat eine Diebesbande im Januar das gesamte Erdgeschoss einer Sparkasse verwüstet. Und diese Tat war kein Einzelfall. Sie gehört zu einer ganzen Serie von Automatensprengungen im Harz. Es ist unklar, ob das immer dieselben Täter sind. Doch begonnen hat diese Serie in Wernigerode. Und dort scheiterten die Täter, lieferten aber reichlich Material für die Überwachungskamera. Zwei Männer bereiten die Sprengung eines Geldautomaten vor. Sie wollen an die Geldkassette im Innern des Geräts gelangen. Wir gehen davon aus, dass die beiden Täter wussten, dass es dort eine Videoaufzeichnung in den Räumlichkeiten gibt. Denn beide waren vermummt und haben sich auch in den Räumlichkeiten so bewegt, dass sie eben auch in die Kameras geschaut haben, weil sie sich ihrer Sache relativ sicher waren. Tatort ist die Harzsparkasse am Platz des Friedens in Wernigerode. Derzeit wird die Filiale umgebaut. Die Attacke auf den Geldautomaten geschah vor dem Beginn dieser Bauarbeiten am 17. Dezember 2023. Es ist ein Sonntag, kurz nach 5 Uhr. In einer Sporttasche mit auffälligem Aufdruck transportieren die zwei Männer eine Gasflasche. Auf den Videoaufnahmen sehen wir, wie die Täter zunächst den Monitor aufgehebelt haben. Und jetzt versuchen sie mit diesem Gasgemisch dieses einzuleiten in den Automaten. Und dann legen sie gerade quasi eine Lunte mit einem anderen Gas. Und jetzt versuchen sie gleich mit Feuer das Ganze zur Explosion zu bringen. Jetzt gerade haben sie ein Papierstück reingelegt und versuchen es eben mit diesem brennenden Papier in Brand zu setzen. Aber die Filiale hatte eine Sicherungsanlage verbaut und dementsprechend kam es nicht zur Explosion. Jetzt versuchen die Männer, den Automaten mit dem Brecheisen zu öffnen. Doch auch das gelingt ihnen nicht. Ohne Beute müssen sie die Sparkasse verlassen. Aktuell können wir noch keine Auskunft dazu treffen, ob es sich bei den Tätern möglicherweise um welche aus dem Ausland handelt, die dort professionell geschult wurden. Oder ob es Täter aus dem Nahbereich sind, die, salopp gesagt, auch mal ihr Glück versucht haben. Nach der Tat in Wernigerode folgen weitere Angriffe auf Geldautomaten im Harz. Im Februar wird in Thale ein Automat der Volksbank gesprengt. Die Täter erbeuten ca. 50.000 Euro und hinterlassen einen Schaden von mehr als 200.000 Euro. In Blankenburg kommt es kurz hintereinander zu zwei ähnlichen Taten. Beide in der Langenstraße. Zunächst brechen Diebe in den Kundenraum der Sparkasse ein und zünden an beiden Geldautomaten Sprengsätze. Die untere Etage wird komplett zerstört. Die Explosion bringt Farbpatronen in der Geldkassette zum Platzen. Das macht die Scheine für die Täter wertlos. Der Schaden an der Bank und umliegenden Gebäuden liegt bei über einer Million Euro. Nur 50 Meter von der Sparkasse entfernt liegt eine Filiale der Deutschen Bank. Im März wird auch hier der Automat gesprengt. Wie viel Geld die Täter erbeuten, ist nicht bekannt. Doch auch hier liegt der Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Ob es zwischen den Taten in Thale, Blankenburg und Wernigerode einen Zusammenhang gibt, wird momentan geprüft. Die Ermittlungen in solchen Fällen sind für die Polizei immer schwierig, weil die Täter meist sehr schnell agieren. Problematisch ist des Weiteren, dass die Täter, dadurch dass sie nur so kurze Zeit am Tatort sind, wenig Spuren hinterlassen. Also sie fassen wenig an, sie hinterlassen wenig DNA. Bei der Tat in Wernigerode ist bisher auch noch nicht bekannt, wie die Täter zum Tatort gelangten und auf welchem Weg sie von dort flüchteten. Deshalb werden dringend Zeugen gesucht. Wer hat die Täter am frühen Sonntagmorgen des 17. Dezember vergangenen Jahres gesehen? Im Umfeld der Harz-Sparkasse am Platz des Friedens in Wernigerode. Die Männer waren schwarz gekleidet und vermummt. Auffällig an ihnen waren die weißen Turnschuhe und die Sporttasche mit diesem ungewöhnlichen Aufdruck auf den Seiten. Ihre Hinweise bitte an die Polizei in Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 546 16 87. Und auch die Polizei in Altenburg bittet um ihre Hilfe jetzt in Kripo Live Kompakt. Altenburg. Am 20. Oktober 2023 gegen 16 Uhr betreten diese beiden Männer eine Apotheke am Altenburger Weibermarkt. Während einer die Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelt, geht der zweite gezielt auf ein Warenregal zu. Kurz darauf steckt er offenbar Kosmetikartikel im Wert von knapp 300 Euro in seine Jacke. Anschließend verlassen die beiden die Apotheke. Erkennen Sie die beiden Männer? Ihre Hinweise bitte an die Polizei Altenburg unter der Telefonnummer 03 447 47 10. Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Er soll am 13. März 2024 gemeinsam mit einem Komplizen zwei Raubstraftaten begangen haben. Während einer der Täter vor der Tür wartet, überfällt der andere gegen 16.40 Uhr ein Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße. Er erbeutet 100 Euro. Anschließend flüchtet er vom Tatort in Richtung Skatepark. Der Komplize folgt ihm, läuft dann aber Richtung Kaufland. Gegen 21.10 Uhr rauben laut Zeugen dieselben Männer einem Jugendlichen das Fahrrad. Tatort ein Hauseingang in der Goschwitz-Straße. Von dort aus flüchtet das Täter-Duo Richtung Kornmarkt oder Kino. Die Beute? Ein Mountainbike der Marke Scott im Wert von 1250 Euro. Der erste Täter wird auf knapp 30 Jahre geschätzt. Er ist zwischen 1,60 m und 1,75 m groß und trug ein dunkles Dreieckstuch mit hellen Sternen sowie eine dunkelblaue Jacke mit roten Ärmeln. Der Komplize ist kleiner als der erste Täter. Er ist eher beleibt und trug einen schwarzen Jogginganzug. Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Bautzen unter der Telefonnummer 03591 3560. Diese beiden Personen werden verdächtigt, am Nachmittag des 18. Januar 2024 in einer Drogerie Kosmetikartikel gestohlen zu haben. Gesamtwert der Beute ca. 1700 Euro. Tatort ist eine Rossmann-Filiale in der Straße Schöne Allee in Gotha. Erkennen Sie die mutmaßlichen Diebe? Dann informieren Sie bitte die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 781 124. GPS-Navigation kennen wir alle aus dem Auto oder vom Handy. Diese Navigation per Satellit wird aber auch in der Landwirtschaft immer wichtiger. Ohne GPS auf dem Traktor keine Aussaat und keine Ernte. Die Geräte dafür sind allerdings teuer. So teuer, dass sie für Diebe eine begehrte Beute sind. Wie in diesem Fall in Waldenburg im Landkreis Zwickau in Sachsen. Auf den Äckern der Waldenburger Agrar-GmbH stehen nicht nur Getreide, Raps und Rüben. Der Familienbetrieb baut auch Erdbeeren oder Mohn an. Viele verschiedene Kulturen auf Feldern, die über 14 Gemeinden verstreut sind. Ohne moderne und teure Technik kaum zu bewirtschaften. Georg Stiegler leitet das Unternehmen seit 2017, zusammen mit seinem Bruder. Für Anbau und Ernte brauchen seine Traktoren digitale GPS-Empfänger. Mit Satellitenhilfe werden nicht nur Saatgut und Düngemittel ausgebracht. Die Navigationstechnik steuert auch alle anderen in der modernen Landwirtschaft genutzten Geräte. Damit kann der Traktor wiederholungsgenau auf 2 cm auf dem Feld hin und her fahren. Das ist für die Mitarbeiter oder für den Einsatz auf dem Feld so genau fährt kein Mensch, wie das das Lenksystem schafft. Und in den Kostendruck, den wir stecken, kann sich keiner eine Verschwendung leisten. Und auch vom Umweltaspekt wollen wir es auch nicht. Es sind wahrscheinlich mehrere Täter, die in der Nacht vom 25. auf den 26. April 2024 auf dem Betriebsgelände auftauchen. Gewaltsam dringen sie in die Werkstatt ein. Hier brechen sie fast alle Schränke auf. In einem davon waren die GPS-Empfänger gelagert. Fünf davon stehlen die Diebe. Der Schaden? Etwa 45.000 Euro. Am nächsten Morgen rief mich ein Mitarbeiter an. Er wollte zeitig anfangen zu arbeiten und rief an, irgendwas ist hier anders. Bin ich sofort mit hergefahren und die ganze Spindreihe von Mitarbeitern waren alle Türen aufgerissen, alle Klamotten, Anziehsachen, alles rausgerissen, mitten in die Werkstatt geworfen. Und da war uns klar, hier ein Bruch passiert. Die Ermittlungen führt die Polizeidirektion Zwickau. In der Region gab es bereits mehrere ähnliche Diebstähle. Wir gehen davon aus, dass es sich um Täter handelt, die auch überregional aktiv sind und die gezielt nach derartigen GPS-Systemen gesucht haben. Und dass sie vermutlich die Geräte entweder verkaufen oder die Geräte in Landwirtschaftsbetrieben im Ausland dann wieder zum Einsatz kommen. Bei den gestohlenen Geräten handelt es sich um GPS-Empfänger der Serie Starfire von John Deere. Es wurden drei Geräte des Typ 3000 und zwei vom Typ 6000 gestohlen. Außerdem mehrere Monitore. Die GPS-Systeme sind mit Seriennummern versehen und diese Nummern sind zur Fahndung ausgeschrieben. Sie sind aber ansonsten nicht nachverfolgbar. Laut Polizei könnte es sich bei den Dieben um reisende Tätergruppen handeln. Sie gehen offenbar in ganz Mitteldeutschland auf Beutezug. Das Gelände der Waldenburger Agrar GmbH ist von allen Seiten leicht zugänglich. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter nicht spontan handeln, sondern die betroffenen Betriebe gezielt aussuchen und vor den Einbrüchen auskundschaften. Jetzt muss der betroffene Landwirt über zusätzliche Sicherungsmaßnahmen nachdenken. Um auch zukünftig da uns zu wappnen, ist eine Wachschutzfirma engagiert. Das Gelände wird dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche überwacht mit einer Alarmweltezentrale, wo immer jemand draufschaut, weil das soll uns nicht nochmal passieren. Wer sind die Täter? Die Polizei sucht Zeugen, denen im Bereich des Landwirtschaftsbetriebes in Waldenburg Personen aufgefallen sind, die sich auffällig verhalten haben oder auch auffällige Fahrzeuge. Oder sind Ihnen womöglich solche GPS-Geräte zum Kauf angeboten worden, auch im Internet? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizei Zwickau unter der Telefonnummer 0 375 428 4480. Wenn Menschen am Telefon von Kriminellen überrumpelt werden mit einer erfundenen, hochemotionalen Geschichte, dann spricht die Polizei von sogenannten Schockanrufen. Weil die Angerufenen tatsächlich so schockiert sind, dass sie nicht mehr rational entscheiden können. Und diese Schockanrufe, die nehmen zu. Und immer nutzen die Täter die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus, weil angeblich ein Angehöriger in Not geraten sei und dringend Hilfe brauche. Wer kann da Nein sagen? Eine Frau aus Thüringen brachten Betrüger mit so einem Anruf jetzt um 26.000 Euro. Es ist ein ruhiger Dienstag für eine 63-Jährige aus Sondershausen. Doch gegen Mittag klingelt plötzlich das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist scheinbar die Schwiegertochter der Frau, angeblich in großer Not. Es meldete sich dann eine weibliche Stimme, die sie mit Mama ansprach und um Hilfe bat. Die Geschädigte ging also davon aus, dass es sich um eine nahestehende Angehörige handelt. In weiterer Folge wurde das Telefongespräch dann an eine weibliche Person übergeben, die sich als Mitarbeiterin der örtlichen Polizeidienststelle ausgab. Es wurde dann vorgetäuscht, dass die Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte, mit tödlichem Ausgang und in Haft müsse und zur Abwendung dieser Haftstrafe eine Kautionszahlung erforderlich sei. Die Frau wird aufgefordert, 40.000 Euro zu zahlen. Ich dachte, jetzt ist unser Leben ruiniert. Es war alles so echt. Ich war mir sicher, das ist die Stimme meiner Schwiegertochter. Sie wollte doch nur nach Hause und ich wollte ihr helfen. Es ist so, dass die Opfer eine kurze Gesprächssequenz am Telefon hören, die den vermeintlichen Angehörigen in weinerlicher Stimme zeigt. Dazu kommt, dass die Täter durch den Vorwand, den sie eben vortäuschen, die Opfer in eine emotionale Stresssituation versetzen. Und all diese Faktoren führen eben dazu, dass die Opfer dann tatsächlich denken, dass es sich um ihren Angehörigen handelt und das tatsächlich sich auch sehr realistisch anhört. Die Frau gerät in Panik. Die Anrufer geben sich dann auch mit weniger als der geforderten Summe zufrieden. Sie solle alles geben, was sie hat. Eilig sucht sie Bargeld und Wertgegenstände zusammen. Es sind circa 6.000 Euro, die sie zu Hause hat. Auch ihren Schmuck packt sie ein. Die Täter halten die Opfer permanent am Telefon, mitunter über mehrere Stunden, geben immer wieder neue Informationen und Anweisungen. Das führt zum einen dazu, dass die Opfer wirklich permanent beschäftigt sind. Das heißt, sie haben überhaupt keine Möglichkeit, möglichen Gefühlen der Skepsis oder des Misstrauens auch nachzugehen, weil sie immer wieder gedanklich in diesem Telefongespräch sind. Und zum Zweiten beabsichtigen die Täter natürlich dadurch auch die Opfer unter Kontrolle zu halten. Jetzt fordern die Täter die 63-Jährige auf, zur Bank zu gehen und weiteres Geld von ihrem Konto abzuheben. Es sind ihre gesamten Ersparnisse. 20.000 Euro. Im weiteren Verlauf kam dann auch ein vermeintlicher Staatsanwalt zu Wort. Und die Geschädigte wurde angewiesen, sich nach Nordhausen zu begeben. Und dort sollte dann in der Nähe des Amtsgerichtes Nordhausen die Kaution an eine tatbeteiligte weibliche Person übergeben werden. Die Frau glaubt weiter, das Richtige zu tun. Sie fährt von Sondershausen nach Nordhausen zum Amtsgericht. Noch immer schöpft sie keinen Verdacht. Für sie klingt alles plausibel. Ich war mir so sicher, dass alles okay ist, weil ich ja zum Amtsgericht kommen sollte. Ich dachte nur noch, ich bringe meinem Sohn die Frau und meinem Enkel die Mutter zurück. Vor dem Amtsgericht kommt dann eine angebliche Gerichtsangestellte zum Auto der Frau und lässt sich insgesamt 26.000 Euro und den Schmuck übergeben. Die 63-Jährige ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie Betrügern aufgesessen ist, aber sie hat sich das Aussehen der fremden Frau gemerkt. Die Polizei hat nach den Angaben des Betrugsopfers dieses Phantombild angefertigt. Damit wird nun nach der Betrügerin gefahndet. Ja, genau so ist es mit diesem Phantombild wird nach der Frau gefahndet, die das Geld und den Schmuck in Empfang genommen hat. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, um die 50 Jahre alt, hat schulterlanges blondiertes Haar und sie trug eine auffällige, runde Brille. Bekleidet war sie mit einem knielangen Rock und dunkler Jacke. Sie sprach gebrochen Deutsch. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 036 31 960. Und die Polizei rät immer wieder zu großer Vorsicht, denn diese Art Telefonbetrug kann wirklich jeden treffen. Ganz wichtig, Polizei oder Staatsanwaltschaften nehmen in Deutschland niemals Geld oder Wertgegenstände entgegen. Sollten Sie einen verdächtigen Anruf von einem angeblichen Verwandten in Not bekommen, dann am besten auflegen und Ihren Verwandten unter der Ihnen bekannten Nummer anrufen. Das war Kripo Live für heute. Alle Telefonnummern und Infos zu den Fällen finden Sie wie immer auf unserer Internetseite und im MDR Text Seite 377. Hier geht es jetzt weiter mit Wolfgang Lippert. Und damals war es Ihnen im Namen des ganzen Kripo Live Teams. Einen schönen Abend und bis nächsten Sonntag zu Kripo Live. Untertitelung des ZDF für funk, 2017